400 Jahre alt ist die Erkenntnis, dass es Länder gibt, wo der Tod der Jungen betrauert, der von Alten aber festlich gefeiert wird. Von Erinnerungen habe ich nie leben müssen, solange die Gegenwart aufregend und fordernd war. Heute im Alter erinnere ich mich gerne. Viele Künstler, also auch wozu eben Margot gehört, die begnadete Maler sind. Ich habe Sie dafür immer bewundert. Musik Ein besonders schönes ist die Sonnenblume oder Sonnenblumen vor einer bäuerlichen Landschaft. Das liebte sich sehr und das hat also in Ihrem Leben eine große Rolle gespielt. Seid bitte nicht allzu traurig, dass ich jetzt in diesem Sonnenblumentöpfchen liegen soll. Es geht mir gut, denn ich bin doch bei meinem Wilfred, der so lange im Zwischenhimmel auf seiner Frau warten musste. Warten war noch nie seine Stärke, meine übrigens auch nicht, wenigstens im Leben. Aber wir haben uns hier oben sofort wiedergefunden und sind nun gemeinsam auf dem Weg in die Unendlichkeit. Musik Untertitelung des ZDF, 2020